Hallo und herzlich willkommen die Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Einkündigung für heute Abend Sonntag, den 22.09.2019. Ich möchte mit euch heute Abend mal wieder ein bisschen was cooles machen und zwar habe ich mir gedacht, wir fangen wieder an mit Duellen und dann dürft ihr in den Kommentaren hier einfach abstimmen, was wollt ihr eher sehen. Wollt ihr ein paar Solo-Adventure-Runs sehen, sollen wir die Arena fertig machen oder die werden wir wahrscheinlich sowieso fertig machen nach den Duellen zum Einspielen. Aber was machen wir danach? Standard-Ranked, Wild-Ranked oder aber Solo-Adventures? Das könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten sehen würdet und das, was dann am meisten abgestimmt wurde oder abgewotet wurde, geliked wurde, das werde ich dann schlussendlich machen. Wir können auch nochmal Duelle dann im Anschluss machen, müssen wir einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Noch eine kleine Information an dieser Stelle, ich habe ja gestern einen Test-Stream gemacht, jetzt werden wir heute Abend dann den wirklichen krassen Test-Durchlauf machen, ob es wirklich auch funktioniert hat. Und zwar wird der Stream auf YouTube stattfinden, liebe Leute. Also bitte guckt vorbei hier auf dem Channel, dort wo ihr dieses Video ja auch seht und ihr könnt den Stream dort live verfolgen. Start ist wie immer zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr. Ich hoffe, ihr seid mir dabei, es würde mich auf jeden Fall freuen. Haut rein bis zum nächsten Mal, ne, bis heute Abend dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.